Aufpasst, Mensch und Buben! Erstmals findet das Dirndl-Clubbing im bereits bekannten Europaschloss Leiben statt. Was euch erwartet? Schuchplattler, ein Almdudler-Lounge, die Zwettler Bierbar, Kaffeehaus mit Schirrskino, Fotobox bei InShot und und und. Tickets findest auf Öl-Ticket oder den Raiffeisenbanken der Region. Für mehr Infos schaut's auf Facebook. Also packt euch ein Dirndl und Lederhosen und auf aufs Schlussleim! ARD Text im Auftrag von Funk